In der Tung ist Lovakin, Dragonborn! Eine Schwäche gegen Feuer, Flug, Gift und Gestein, eine Resistenz gegen Wasser und Kampf, eine Doppelresistenz gegen Pflanze sowie eine Immunität gegen Bodenattacken hat. Vapungas Basiswerte sind auf den ersten Blick wenig überzeugend, da gerade mal Spezialverteidigung und Initiative gut sind. Vor allem die beiden schwachen Angriffswerte machen es Vapunga schwer, irgendwas zu machen, da seine Typkombination zu anfällig gegen viele starke Attacken ist, um es defensiv zu spielen. Die Vau verteilen wir hier dennoch voll in Angriff und Initiative, dazu ein frohes Wesen, um die Innit zu maximieren. Als Fähigkeit nimmt man Chlorophyll, diese verdoppelt Vapungas Innit in der Sonne. Bei den Attacken nimmt man Akrobatik, Samenbomben, Schwertanz und Schlafpuder. Akrobatik ist eine nette Flugstep-Attacke, die doppelten Schaden verursacht, wenn kein Item getragen wird. Samenbomben ist eine Pflanzenstep-Attacke, Schwertanz erhöht Vapungas Angriff um zwei Stufen und Schlafpuder ist zweitwas ungenau, kann aber den Gegner zwei bis fünf Runden lang einschläfern. Wegen Akrobatik spielt man hier kein Item auf Vapunga. Sonnen-Support ist zwar nicht zwingend notwendig, jedoch hilft es Vapunga auch die schnellsten Pokémon noch zu überholen. Die Taktik von Vapunga ist es, den Gegner mit Schlafpuder einzuschläfern und anschließend während der Gegner schläft, einen Schwertanz zu boosten. Das bringt Vapungas Angriffswert zumindest auf ein brauchbares Level. Wenn der Gegner drin bleibt, kann man eventuell sogar noch versuchen, einen zweiten Schwertanz zu boosten und Vapungas Angriffe noch weiter zu steigern. Nach dem Boosten fängt man an, mit Akrobatik und Samenbomben drauf zu hauen. Auch wenn Vapunga nicht sonderlich stark ist, kann es zumindest ein bisschen Schaden drücken, vorausgesetzt der Schlafpuder trifft. Allgemein empfehle ich es jedoch nur in Low-Tier-Kämpfen zu nutzen. Guter Sonnen-Support in Low-Tier bietet Vulpix. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euer restliches Team auch so auslegen, dass es von der Sonne ein wenig profitiert. Das war's von meinem Vapunga und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen. Das war's von meinem Vapunga und jetzt seid ihr wieder dran mit. Auf Wiedersehen. Untertitelung. BR 2018